Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Ja, ihr habt es euch gewünscht, ich habe euch ja damals in der Telegram Gruppe gefragt, welche Altcoins ihr euch wünscht für die neuen Videos. Daraus werden wir heute mal quant etwas genauer unter die Lupe gehen, wo so mögliche Nachkaufpunkte, was sehe ich hier potenziell für den Bullrun noch kommen und werde ich hier überhaupt noch weiter einkaufen. All das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video nochmal ein bisschen genauer angucken bzw. genauer besprechen, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe rein, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung aus, wenn ihr Quant kaufen, traden oder sonstiges wollt, könnt ihr das bei meiner Partner Exchange BingX machen, damit unterstützt ihr mich und ihr kriegt hier auch noch ordentlich Boni und habt jede Woche die Chance, Free Trades abzugreifen. So, jetzt aber rein in die Quantanalyse, wir traden bei 67 US-Dollar momentan, also man muss schon sagen, so dieser ganze Quant-Hype, den wir vor allem, ja vor ein paar Monaten hatten bzw. letztes Jahr hatten, der ist ganz schön abgeflacht, also hat deutlich nachgelassen, wenn wir uns das auch mal charttechnisch angucken, wir hatten damals unser All-Time-High hier oben bei 429 Dollar, dann hatten wir nochmal einen kurzen Peak auf 227 und danach hatten wir immer mal so Tops zwischen ungefähr 150 US-Dollar und das war es auch und seitdem kennt der Kurs nur noch eine Richtung und zwar nach unten. Wie gesagt, der Hype hat deutlich nachgelassen, wir haben keine wirklich neuen, wirklich spannenden News bekommen, es ist immer noch das Gleiche. Was man aber hier zugutekommen lassen muss, diesen Downtrend, den wir hier gebildet haben, den haben wir zum ersten Mal am 8. September verlassen, mit einem ordentlichen Schub nach oben, in der Spitze ging es hier dann von unserem Tief bei 56 US-Dollar bis auf knapp 81 US-Dollar hoch, seitdem befinden wir uns aber weiterhin in unserer Nachkaufzone und diese Nachkaufzone, wer sich daran erinnern kann, die haben wir hier schon seit dem 8. Juli 2022, also seit über zwei Jahren, habe ich hier darauf gewartet, in Quant zu investieren. Natürlich kann man jetzt sagen, oh, du hast den ganzen Hype verpasst, aber für einen kommenden Bullrun, finde ich, ist dieser Einstiegszeitpunkt bzw. diese Range hier ein erster kleiner Step. Was ich hier jetzt nur noch dazu sagen möchte, ich würde hier diese 75 Nachkaufoption, würde ich ein bisschen abändern, ich würde für alle neun jetzt sagen, wer jetzt hier reingehen möchte, zwischen 20, äh, warte noch, ne, zwischen 25 bis 50 Prozent, das ist ja unsere durchschnittliche Nachkaufoption, immer die wir reingehen und die lassen wir jetzt auch so erst einmal drin, also das ist so der erste Step, wenn man in Quant investieren möchte. Der zweite Step wäre dann für mich, nachdem wir hier einen ordentlichen Wick hier unten unterlassen haben, bei 50 US-Dollar bis knapp 40 US-Dollar, also das ist eine sehr, sehr große Range, die ich hier einzeichnen würde, trotzdem, die müssen wir einzeichnen, weil es eine sehr, sehr große Möglichkeit gibt, dass wir diese Preisbereiche hier nochmal sehen, vor allem, weil ich weiterhin der Meinung bin, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Bitcoin hier nochmal deutlich unter die Räder gerät und wie bei Bitcoin nochmal einen größeren Dump sehen könnten. Also, wer Quant investieren möchte, jetzt wäre ein guter DCA-Bereich, um die ersten Steps in Quant zu wagen, der zweite Bereich wäre dann zwischen 50 und 40 US-Dollar tiefer, möchte ich ehrlich gesagt hier gar nicht mehr erst einmal runtergehen. Was sehe ich jetzt für den kommenden Run, der uns möglicherweise bevorstehen könnte? Wir ziehen unser FIP-Level immer von unserem Hoch, das heißt bei 426 US-Dollar, bis zu unserem Bärenmarkt tief, das liegt bei 40 US-Dollar. Demnach, weil wir halt eben diesen Run im September, August 2021 schon hatten, ihr wisst, bin ich immer ein bisschen pessimistischer. Heißt für uns, sollten wir diese Rally sehen, gehe ich erst einmal nur davon aus, dass wir in Richtung 270 bis knapp 300 US-Dollar gehen. Sollten wir da drüber gehen oder auch einen Support hier finden bei 230 US-Dollar, können wir uns gerne über höhere Kurse unterhalten. Ich bin aber eher Fan, ein bisschen pessimistischer zu sein und lieber Profite zu sichern und dann wären das vom jetzigen Stand aus trotzdem immer noch 300 bis 350 Prozent. Damit können wir uns zufrieden geben grundsätzlich, wenn wir höher gehen, ist es umso besser, aber ich bin hier, ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin immer ein bisschen pessimistischer, was das anbelangt. Aber schreibt gerne mal eure Preisprognosen unten in die Kommentare rein, was denkt ihr, wo wird Quant in ein, zwei Jahren möglicherweise beim Bullrun stehen. Seid ihr in Quant investiert, werdet ihr in Quant investieren? Für mich kleinere Position, ich bin jetzt nicht übermäßig in Quant investiert, habe auch ewig lange genug drauf gewartet, aber ich rechne immer noch mit so einem kleinen Dump. Schreibt es unten gerne in die Kommentare, ansonsten freue ich mich aufs nächste Alkohol-Video mit euch. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.